Servus zusammen und willkommen wieder zurück zu Let's Platin Dark Souls 2, ähm ja beim letzten Mal ist eigentlich die Spinne draufgegangen, alle vier Leuchtfeuer sind an, also Urleuchtfeuer und jetzt kommt aber kurz noch ein kleiner Abstecher hier nochmal ins Eisenschloss, Eisenfeuerhalle, äh, ne, gehen wir da hin, weil nochmal die eine Glut da holen, für den Schmied, dass wir da eventuell nochmal eine Trophy verschalten können, nicht dass ich die vorgesehen habe, und die ganzen Schmarrn dann hier im Yu-Gi-M Plus oder Plus Plus machen muss, was dann noch schlimmer wäre, äh, ja, machen wir einfach mal, so, los geht's, guck, ob ich endlich mal gerufen werde oder sowas, wäre natürlich in meinem Raum, ach, naja, stimmt das Feuer ist ja jetzt aus, also die Lava da ist er naja, gut, geht hier nicht runter so ich glaube, ich habe die Gute über mich eingesammelt, zumindest hier hat der Schmied ja sonst hier nichts dementsprechendes erwähnt so, einmal Eisenschlüssel bitte da ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob der da wieder runterkommt oder nicht hä, ach egal ne, so gut ach, da ist er ja so steh auf gut jetzt sind wir wieder hier hä 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 nö ach, der schießt gerade da, wer schießt denn hier die ganze Zeit komm her gut reich, dass ich nie hier rufen werde, Wahnsinn sowas sowas wie sowas wieso Okay, hier kommt keiner. Der da oben ballert fröhlich. Hm. So hoch sind die Trich. Gibt es das auch? Hä? Nein. Rüch die Beine. Hä? Ach. Rüch die Beine. Rüch die Beine. Titte, 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 titte. Habe ich sie schon eingesammelt? Kann das sein? Äh, moit. Gold. Wo war das das hier? Hm. Hm. Ne, Prost. Muss ich nochmal nachgucken. Scheiße. Oder alternativ, ich geh es einfach so nochmal hin. Und auch nur, dass ich dann das ganze Zeug kriege. Das ganze Zeug. Wo sind Wollste schon? Jaja. Äh, genau. Reisen. Das war hier. Da. Ich glaube das war auch auf so einer Lava-Insel. Hm. Sollte ich mir noch die Klupe saugen, ja. So, geht hier irgendwas? Oh Gott. Ja, der starb, der lohnt sich auch noch nicht. So, das ging. Und hier. Ja. So. Das ging auch. Ja. Passt. Gut. Das meinte ich. Der Lebensschmied. Sehr schön. Brauchen wir da auch nicht mehr dran denken. So. Perfekt. Weiter geht's im Text. Wo waren wir jetzt? Weitergefallene Riesen. Nein, Schmarrn. Äh. Egal. Ne. Äh. Verdammte Axt. Wie hieß denn das Gebiet da nochmal? Ne. 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 Ach da. Weitergefallene Riesen. Ne. Äh. Scheiße. Landdetail. Ne. Geht auch keinen Sinn. Totenzuflucht. Ne. Oder? Ne. Ne. Schattenwald. Da haben wir's doch. Mein Gott. Ähm. War das jetzt hier oder da? Ne. Ich glaub hier. Da müsste es gewesen sein. Was ein Scheiß. Ja. Es sieht ganz gut aus. Ja. Genau. So. Haben wir da hin. Oh. 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 schild die 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 Achja, das sieht an. Scheiße, Aua. So. Gut, da lang. Bum, 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 bum. Jupp. Schrein des Winters. Dankeschön. Ah, das war was nochmal? Machen wir einfach mal. So. Und wohin komme ich da jetzt? Ahja. Gut, ne. Hier wieder zurück. Das ist mir jetzt irgendwie hier zu neblich. Bietet quasi keinen körperlichen Schutz. Komm ich jetzt hierher? Flöpflöpflöpflöp. So. Ich glaube hier hinten mal eine Leiche oder irgendwie sowas. Ja. Ich sehe da eine Selden. Ja, immerhin. Ja. Ja. Ah, der Weg hier stimmt. Hä? Äh. Gut lach jetzt. Och ne. Nee. Ich zweifel die Judoten. So. nicht. Die Nerven. Hm. Hm. Echt, die Nerven. Gut, dann halt so. Alles klar. Hier Regen. Oh, shit. Weißt du, wie groß er ist? Alter. Zieh die. Krasse Kacke. So. Hier war es ohne. Ah, sehr schön. Herrlich. Endlich erreicht. Das kleine Schuss hier. Was verpasst. Hi. Na, auch hier. Also sehr gesprächig ist sie gerade immer, ne? So. Vielleicht ich weiß, wie sie die aushalten. Oh, lol. Ach. Was sagen. Alles klar. So. Die zwei sind weg. Äh, schade ist wie alles hier nochmal. Der ist ja schon wieder. Nein. Boah, jetzt den ganzen Weg da wieder hinlatschen, oder was? Hm. Wegen was kommt denn auch? Ja. Gott, jetzt renne ich aber durch. Halt. Sollte eigentlich locker funktionieren, so weit weg geht das ist. Hm. Guter Aumbausschütze. Das muss ich auch so hinkriegen, ja. Was? Los rennen.